Und nochmal für Böden, Rind und Huston. Es gibt dann noch einen Fruch. Dadurch ist die Regionalsprache und die wird hier im Museum Kiekebach natürlich besonders lief durch die Ohlen Huston. Das ist ein Teil von uns Kultur, die auch von Dorf den Platz beholen soll. Pssst, Verstellung läuft jetzt. Die Fischersfruh holt Wotter mit den Armeeren. Die Schnack, die Schaul hört in Dörb, hört hier durch die Gegend eben der Taub. Das Museum hätte schon Hüste hier im Gegengrund im Tau abgebaut worden sind und hier verabstört worden sind. Und die Schaul hätte natürlich einen Bezug zur Region. Man kann nur sagen, freie Heimat kommen. Und wenn sie hierher kommt, lehrt sie was über die Geschichte kennen. Und mit der Autospeile nöge zu kommen ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit. Man spielt. Man kommt dort ein Stück wie Dichter an Geschichte ran. Man wird das nicht nur spielen, aber wird Schäule an Geschichte ranfeuern. Und das Besondere bei der Autospeilen ist schon, dass sie mit hart dabei sind, mit Gefeuern. Und dass sie diese Socken nicht sogar vergehen dürfen. Und spielen muss immer Spaß. Und wenn sie dort die Gegend kennenlernen, auch wie das Museum, die Sport kennenlernen und die Autospeilen. Die Autospeilen ist persönlichkeitsbildend. Wenn sie in eine Rolle greifen dürfen, dann hätten wir drei Socken an einem von mir gedacht. Und das ist ein wunderbare Socken. Ich mache die letzte Geschichte mit den Leuten, weil ich glaube, dass sie etwas über die Geschichte lernen sollen. Und ich meine, dass es besser ist, das zu spielen und nicht darüber zu verteilen. In den Unterricht, das ist so dröhlich. Und das ist besser, wenn man das spielt. Und dann ist das hier an Kirkeberg total toll, das hier zu machen. Weil das hier die wunderschönen Häuser sind. Und mit den Schulspielern, die das mag, mit uns und uns helpt. Und ja, deswegen mag ich das. Ja, der Urgangspunkt ist die Fachbüroin Pladütsch, die auf das Landesamt für Schule und Bildung, das Pladütsch in die Schule inbringen hat, insetten hat. Und das verbinden, dass wir Schule säugt und habt, die Interesse habt, Pladütsch in Schule und Ünnerich und Schule alt nach Ünner zu bringen. Und dass wir hier das Museum rund am Tau haben, wie natürlich ein ganzes Reich von Spälen, den Lü, der aus Hürpen dort, die Pladütsch der Orte spielt. Und viele sagen dann, ja, uns fehlt die jungen Lü. Und wenn wir hier Schäule habt, die ein Stück wieder an die Orte rankommen dort, die Spaß habt an die Orte spielen. Wenn das noch hier ein Teil von Ünnerich ist und dort Pladütsch sieht weg, ob wir in die Schäulen finden, dann habt wir das Doppelte, die Verbindung mit Museum und die Schäulen. Die Vereine, die hier pladütsch, auch mit den Schäulen, in den Vereinen, in den Spälen kommen, wenn wir es zurückkriegen. Und wir mögen was für Kultur hier in der Gegend. Und das ist nicht bloß auf die Schäulen begrenzt. Sondern eben mit Museum und Vereinen haben wir alte Hopen nicht an dem Tisch. Auf die Ünner einen Dack, auf einen Bühnen. Ja, mir hätte es gut gefallen und den Kindern auch. Die werden ein bisschen schüchtern am Anfang, wenn die nur mit jedem einmal probieren, wenn die schon mal später werden. Und ja, und die schnacken mehr und mehr platt und die lösen die Wörter, die wir sprechen und die wir schnacken. Und ja, und das ist eigentlich das Beste. Vielen Dank.